Lieber CarManiac-Zuschauer, die Landesmedienanstalt verlangt von Content-Creatoren wie mir auf YouTube ab sofort die Worte Dauerwerbesendung, Werbung, Werbe- oder Produktvideo einzublenden, auch wenn kein Geld für die Entstehung des Videos gezahlt wurde. Somit werde ich ab sofort all meine Videos damit markieren, um Strafen zu vermeiden. Ich bitte diese Unannehmlichkeit zu entschuldigen. Euer CarManiac. Ich will ein SUV. Für die Familie. Mit viel Platz. Aber ich will, dass es elektrisch ist. Wer diesen Satz sagt, der wird in seiner Auswahl wohl definitiv auf den Audi e-tron gestoßen sein, stellt sich aber die Frage der Fragen beim Elektroauto, wie schnell lädt er denn eigentlich? Weil die Reichweite, das ist das eine, die Ladegeschwindigkeit ist das andere. Und genau das werde ich in diesem Video herausfinden. Ich habe dazu nochmal ein separates Review zum e-tron, sowohl als auch ein Reichweiten-Video. Dieses Video hier soll aber pur herausfinden, wie schnell er denn eigentlich an einem Hypercharger lädt, der e-tron, wenn man ihn so weit wie möglich runtergefahren hat. Und dazu nehme ich euch jetzt mit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen bei CarManiac. Nicht vergessen zu abonnieren und natürlich die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit ihr kein Video mehr verpasst und einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch dieses Video gefällt. Servus! Hoppala! Es ist ja mitten in der Nacht. Ja, warum denn? Weil ich an meinen Reichweiten-Test mit dem Audi e-tron anknüpfe. Hier seht ihr ihn stehen. Also dieses Video knüpft genau an das Video an, wo ich die Reichweite mit dem Audi e-tron gecheckt habe. Und das mache ich aus zweierlei Gründen. Grund Nummer eins ist, wenn ihr natürlich mit so einem Elektroauto losfahrt, fahrt ihr mit 100% los. Habt also über Nacht geladen. Macht euch dann auf die Reise. Wenn ihr dann beim ersten Hypercharger anhaltet, ist die Batterie ja warm. Und das ist sie ja jetzt auch, weil ich den Reichweiten-Test gemacht habe. Also es ist hier dann sozusagen genau das Ergebnis, was man eben auf der Autobahn hat beim Laden. Und Nummer zwei ist, man sieht das Display viel besser. Ich habe hier nämlich schon ganz schön für euch die GoPro vorbereitet, die dann den ganzen Ladevorgang dokumentiert. Und dann so könnt ihr sehen, perfekt sehen, wie eigentlich die Ladekurve so verläuft, wenn man halt eben schon mit dem Auto vorher gefahren ist. Und genau das machen wir jetzt. Starten die GoPro, starten den Ladevorgang. Und ich bin schon wahnsinnig neugierig, ob der Wagen dem Titel Lademonster gerecht wird oder nicht. Die sehr hübsche Ladekappe, die hier so aufgeht. Ja, das CCS, also das untere Stück muss man da nochmal separat aufmachen. So, dann nimmt man dieses Schätzchen hier, steckt es hier rein. So, und dann kommt nur noch ein Schritt. Ich schließe meine Powerbank an die GoPro an, damit sie mir ja nicht leer geht beim Aufzeichnen. Und dann starte ich den Ladevorgang. So, da wären wir. Halten wir mal die schicke e-tron-Karte hin. Und starten natürlich hier die GoPro, das dürfen wir nicht vergessen, damit hier alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann bin ich schon mal sehr gespannt. An dieser Stelle, während die Ladesäule übrigens aktiviert, muss ich auch mal ein Lob an meine Frau aussprechen, dass sie diesen ganzen Schwachsinn, den ich mache, mitmacht. Nämlich, dass ich mitten am Sonntagabend wegfahre, um einen Reichweitentest machen zu können und dann noch einen Ladetest. Aber ich bin halt ein Mensch, entweder ganz oder gar nicht. Und ich kann halt nur so für euch den Reichweiten- und Ladetest machen, damit das Hand und Fuß hat. Die Ladesäule aktiviert hier gerade. Hoppala, hoppala, da geht's los, da geht's los. Ein Prozent, schaut euch das mal an. Ich bin hier wirklich mit einem Prozent angekommen, Leute. Das Reichweitenvideo dazu solltet ihr dann unbedingt sehen, damit ihr wirklich sehen könnt, wie weit ich mit dem Auto gekommen bin. Ich bin konstant mit 130 gefahren, laut GPS übrigens, nicht laut Tacho. Und schaut euch das an, wie sich das aufbaut. Ja, Himmel, ja Gott. 136 kW direkt bei zwei Prozent. Ein Traum vieler anderer Elektroautos. Ich habe ja den e-tron schon mal geladen hier. Habe schon mal ein Ladevideo für euch aufgenommen. Habe hier wirklich über eine Stunde gestanden und sowas. Und habe mir gedacht, ich mache es jetzt einfach nochmal, damit man das Display besser sieht. Und damit der Wagen wirklich komplett eine vorgewärmte Batterie hat. Und ich kann schon mal eines verraten. Das Ergebnis war Wahnsinn, ja. Wie Wahnsinn, das sehen wir jetzt hier. Vor allem bin ich aber auch neugierig, ob das abweicht oder ob wir beim wirklich selben Ergebnis rauskommen. Wir sind jetzt übrigens nach zwei Minuten, nee, nach einer Minute so weit, wie das, was wir über Schuko zu Hause laden können bei 2,3 kWh. Ja, ist schon echt extrem. Ja, das macht der e-tron schon richtig gut. Weil das hier ja ein Ladevideo ist, möchte ich mal so ein paar Sachen, weil wir ja jetzt Zeit haben, thematisieren über den e-tron, die ich ziemlich cool finde. Also rein von der Funktionalität her. Hier finde ich aber zum Beispiel cool. Bestes Beispiel. Das habe ich jetzt mit dem e-tron in diesen zwei Wochen bisher in Erfahrung gebracht, dass wenn ich eine Typ 2 Ladesäule in der Stadt anfahre, ist es super vorteilhaft, dass es nicht so ist wie bei meinem BMW i3, wo die Ladeklappe hinten rechts ist. Wenn man zum Beispiel andersrum irgendwie steht, ist es halt blöd mit einer Tankklappe im klassischen Sinn hinten. Hier beim e-tron hat man den Vorteil, dass man auch, wenn das Bild ein bisschen dunkel ist jetzt, ihr habt ja gesehen, ich habe ihn auf der anderen Seite angeschlossen, wir haben hier aber auch nochmal eine Ladeklappe. Das ist ein reiner Typ 2 Anschluss. Auf der anderen Seite haben wir Typ 2 wahlweise oder halt aber auch CCS, wenn ihr den unteren Teil aufklappt, was ich euch gerade schon gezeigt hatte. Und das ist, finde ich, super. Also das ist sehr, sehr gut durchdacht und ist praktisch, dass man das eben auf beiden Seiten hat und nicht die Kabel immer da über die Motorhaube oder so zerren muss. Finde ich schon echt praktisch. Allgemein ist sehr viel, sehr gut durchdacht an diesem Auto, muss ich schon echt sagen. Der Verbrauch nun denn, der ist jetzt nicht so brillierend, das muss man schon sagen. Aber guckt einfach mal mein Reichweiten-Video. Ihr findet den Link oben rechts oder unten in der Beschreibungsbox, wenn das Video noch nicht online sein sollte. So, wir sind bei 10% jetzt und bei 140 kW Ladeleistung und laden seit 3 Minuten 30 und haben schon 7,9 kWh. Aber schaut auch mal, wie krass schnell diese bereits geladene Energieanzeige hochschnellt. Wäre doch ein Traum, wenn das zu Hause auch so ginge, oder? Könnte keiner mehr labern hier mit Elektroauto lange Laden. Ich möchte aber auch mal gerne mit euch jetzt den Wert innen im Auto vergleichen, was da das Auto anzeigt und was er vor allem prognostiziert für die noch zu verweilende Zeit hier an der Ladesäule. Und das machen wir jetzt mal. So, da sehen wir es. 13% sind wir jetzt. Wir laden mit 139 kW. Weicht immer leicht von dem ab, was die Säule eigentlich zeigt. Jetzt geht mir natürlich das Bild weg. Moment. So, was haben wir denn da? So 139 kW. 591 km pro Stunde übrigens, die wir quasi laden. Ist so ein Orientierungswert. Noch 43 Minuten, sagt er angeblich. Das ändert sich dann aber. Ob nach oben oder unten, verrate ich euch jetzt noch nicht. 39 km, 40 km haben wir schon unter 10 Minuten geladen. Das ist schon echt ein super, super krasser Wert. Hier sehen wir es auch nochmal. Hier gibt es den Range Mode, den ich übrigens nicht aktiviert habe für diesen Reichweiten-Test. Hier könnt ihr dann übrigens auch, das sage ich aber nochmal im Review dazu, aber wir haben ja jetzt gerade Zeit. Hier könnt ihr bei diesem Ur-Symbol Timer stellen für das Vorklimatisieren des Fahrzeugs. Also, wenn ihr dann morgens wegfahren wollt mit einem vortemperierten Auto, ist das natürlich schon super. Da ist die Batterie dann auch vortemperiert, sowie auch natürlich der Innenraum des Fahrzeugs. Ich habe hier das schon ausprobiert, funktioniert sehr gut, ist natürlich cool mit diesen Timern. Und ihr könnt sogar für die, also ihr könnt sogar festsetzen, wo eure Heimadresse ist und wo eure Arbeitsadresse. Und könnt dann zum Beispiel Ladelimits einstellen. Das ist bei mir jetzt sehr sinnvoll gewesen, weil wenn ich hier mal nachgeladen habe zu Hause, wollte ich natürlich über Nacht nicht komplett vollladen auf 100 Prozent, weil warum sollte ich? Ich habe ja jetzt zum e-tron auch so eine Ladekarte, mit der ich laden kann. Und da habe ich eingestellt, nur auf 80 Prozent bitte oder nur auf 60 Prozent, weil eine App habe ich ja jetzt nicht, weil dafür braucht man ja ein Benutzerkonto. Und da das ja nicht mein Auto ist, habe ich kein Benutzerkonto, ergo keine App. Und kann nicht von dort aus steuern, dass er den Ladevorgang beendet oder startet. Und dann kann man das so machen. Das ist aber cool, weil wie gesagt, bei der Arbeit könnt ihr dann sagen, okay, hier immer nur 70 Prozent, weil ich brauche den Akku nicht voll. Und zu Hause dann, wenn ihr mal anschließt, zum Beispiel bevor ihr verreist, dann 100 Prozent, weil ihr ja mit 100 Prozent losfahren wollt. Das ist also schon eine ziemlich coole Nummer. Der Preis ist hoch. Der Preis ist hoch, 109.000 Euro, so wie er hier steht, ist halt schon ein stolzer Preis. Aber er ist halt auch echt langstrecken geeignet, wenn das hier so weitergeht, liebe Freunde. Mit 143 kW bei 24 Prozent, dann kriegt er hier den Titel. Es kommt aufs Treppchen bei den Ladeweltmeistern. Der Porsche Taycan ist halt da krass mit seinen 270 kW in der Peak. Den habe ich ja getestet. Und da waren es, den habe ich getestet in Luxemburg. Ich war übrigens das erste deutsche Medium neben Autobild, der den Wagen gefahren hat. Und auch an der Ladesäule getestet. Ich habe ihn angeschlossen mit 11 Prozent und war bei 80 Prozent nach 21 Minuten. Und der kann natürlich mehr ziehen als der e-tron. Aber das ist natürlich auch Luxus. Also 21 Minuten ist schon echt krass. Bin gespannt, wann wir hier bei 80 Prozent sind. Aber ich lade voll bis 100. Wie vertreibt man sich übrigens an einem Sonntag in der Nacht um 23.40 die Zeit an einer Ladesäule? Ja, wenn man keinen Tesla hat und somit keinen Netflix-Zugang, dann guckt man halt über sein eigenes Handy Netflix. Hier ist natürlich nicht die Bildschirmgröße eines Tesla. Aber ich zische mir jetzt mal Tarzan rein. Legend of Tarzan mit Christoph Walz. So. Je mehr Zeit vergeht, desto weniger lädt natürlich ein Elektroauto, weil je voller es ist, desto weniger ist die Ladeleistung. Hier ist es irgendwie anders. Er hat jetzt bis 79 Prozent 150 kW geladen. Jetzt baut er ein bisschen ab auf 143 kW. Ihr seht jetzt hier mal die Einblendung. Wir sind bei 28 Minuten und 15 Sekunden, in denen wir jetzt knapp 80 Prozent erreicht haben. Ja, also nur noch ein paar Sekunden, dann haben wir die 80 Prozent erreicht. Das heißt, er hat im Gegensatz zum Taycan einen Nachteil von knappen 9 Minuten. Jetzt genau bei 28 Minuten, 30 Sekunden sind wir bei 80 Prozent. Da könnt ihr es sehen. Ist natürlich ein super, super geiler Wert. Also brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Das ist natürlich fantastisch. Jetzt ist natürlich die nächste Frage beim Elektroauto. Wenn man natürlich weiterfahren will, man redet ja immer von diesen 80 Prozent. Ich finde das gar nicht so toll, bis 80 Prozent zu laden, weil es fehlt einem Jahr letzten Endes. In diesem Fall fehlen einem Jahr dann über 16 kWh, wenn man bei 80 Prozent aufhört. Und da ist es natürlich die Frage, wie lädt dein Auto über 80 Prozent? Es gibt sehr viele Autos, Elektroautos, die eine tolle Ladeleistung haben, aber ihre Ladepeak, ihre angegebene durch die Firma, also durch den Autohersteller, sehr kurz halten und dann runterfallen und dann doch relativ lange laden, wo sich das Warten natürlich auf 90 oder auf 100 Prozent gar nicht erst lohnt. Hier ist das eine ziemlich andere Nummer. Wir sind jetzt bei 81 Prozent und immer noch bei 104 kW Ladeleistung. und da lohnen sich die 10 Prozent auf jeden Fall und eigentlich auch die letzten 10 Prozent bis 100. Ihr werdet sehen, warum. So, Freunde, das Spiel neigt sich dem Ende. Wir sind bei 97 Prozent. Guckt euch das jetzt mal auf dem großen Display an. Bei 40 Minuten und 24 Sekunden. Bei 97 Prozent. Und jetzt zeigt mir mal ein Elektroauto, das bei 97 Prozent noch 60 kW zieht. Meine Fresse. Meine Fresse kann ich dazu nur sagen. Also, ich muss jetzt sagen, den Rekord von vorher, vor ein paar Tagen, schlage ich nicht. Da habe ich, wobei, allerdings habe ich da bei 5 Prozent angeschlossen und war nach 41 Minuten voll auf 100 Prozent. Jetzt haben wir bei einem Prozent angeschlossen und sind es bei 41 Minuten genau. Sind noch nicht ganz voll. Es fehlen noch drei Prozentchen. Aber jetzt mal so als Fazit über den Audi e-tron. Also, er ist nicht effizient. Das ist, glaube ich, mittlerweile kein Geheimnis. Mit 30 kWh auf 100 km. Aber ein Tesla Model X verbraucht halt eben genau das Gleiche. Also, wer ein Auto will, das irgendwie Allrad hat, Kofferraumvolumen, Platz für die Familie, mit dem man auch verreisen kann, der kommt an so einem Auto nicht vorbei. Und die sind halt momentan noch relativ schwer und verbrauchen deswegen auch relativ viel. Aber mit dieser Ladeleistung kann man darüber wirklich mehr als hinwegsehen, finde ich. Weil, also nicht mal eine Dreiviertelstunde von komplett blank leergefahren auf absolut komplett voll, das ist halt echt ein Wert, welches momentan kein einziges Elektroauto bieten kann. Außer dem Porsche Taycan natürlich. Aber der ist nochmal preislich eine ganz andere Liga zusätzlich und bietet natürlich nicht so viel Platz wie der e-tron. Tesla Model 3 und so, die natürlich auch 250 kW ziehen können. Das Problem ist immer, wie lange? Ja, also die können es natürlich ziehen, aber wie lange ist die Frage? Und so schnell sind die dann nicht voll. Aber ihr könnt mir natürlich vielleicht, habt ihr es schon mal ausprobiert mit eurem Tesla Model 3, sagt es mir in den Kommentaren. Schreibt mir unten in die Kommentare rein, was so eure Erfahrung ist, welches Auto kennt ihr, das diesen Wert unterbieten kann. Wir sind bei 99 Prozent, gleich haben wir die 100 voll, dann stoppt die Säule auch von selbst. Schreibt mir in die Kommentare, welches Auto es in unter einer Dreiviertelstunde schafft, von einem Prozent auf 100 Prozent aufzuladen. Ich glaube, es gibt keins, aber vielleicht könnt ihr mich eines Besseren belehren. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall bei diesem Video. Es war sehr lehrreich, wie ich finde, weil der, ja, so, jetzt ist es beendet. Hier haben wir es. Bitte schön. Es ist sehr lehrreich gewesen, weil ich gesehen habe, dass der e-tron das unter wirklich allen Umständen kann. Nicht nur das letzte Mal zufällig, sondern auch jetzt. Wir sehen es hier. Hier ist der Beweis. Hier seht ihr es nochmal über diese Kamera auch. 87 Kilowattstunden haben wir geladen. 42 Minuten, 45 Sekunden auf 100 Prozent. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Kamaniac. Nicht den Daumen nach oben vergessen, sowie das Abo natürlich, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde.